Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Matthias Weidmann, ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, LLM-Diplomkaufmann und Partner in einer Kanzlei in München. Bei mir bekommen Sie rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung aus einer Hand. Was möchte ich mit diesem YouTube-Channel erreichen? Zwei Dinge. Ihnen zum einen inhaltliche Substanz qualifiziert näher bringen, und zum anderen dies auf eine unterhaltsame Art und Weise tun. Ich habe mir dazu professionelle Unterstützung geholt. Neben mir sitzt Herr Pschiebel, seines Zeichens ebenfalls Jurist, der mit mir seit einigen Jahren bereits erfolgreich zusammenarbeitet. Ich würde mich sehr darüber freuen, möglichst viele Klicks und Abonnenten für meinen YouTube-Kanal zu erzielen. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und bis gleich.